Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich Willkommen zurück zu Sims VR. So, wir machen direkt weiter. Cindy ist bei der Arbeit, Betty ist noch am Sport treiben. Sie muss aber, glaube ich, Montag erst los, ne? Montag um 9 Uhr. Muss aber noch ein bisschen was dafür tun. Ich glaube, ja genau, Charisma wird sie gleich erhöhen, wollte ich sagen. Kommt da gerade durcheinander. Wo steckt er denn? Da. Er telefoniert gut, um sein Social ein bisschen Tod zu kriegen. Wir haben ihn ja einmal vom Tod zurückgeholt. Das dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Sensemon wiederkommt. Daher weiß ich nicht, ob sich das bei ihm wirklich noch lohnt, irgendwas zu tun. Ich lasse ihm erst mal telefonieren, äh, zu Ende telefonieren. Und den kann er erst mal aufs Klöchen, Mensch. Das wollte ich sagen. Gut, und dann würde ich sorgen, lassen wir ihm auch so ein bisschen Spaß und lassen ihm auch Fernsehen schauen, wa? Verbessern. Was kann denn doch verbessern? Toller Empfang, Fixarium-Kabel, bessere Einzelteile. Level-8-Geschicklichkeit, Level-9-Geschicklichkeit, okay. Doch, kann auch gar nichts verbessern, echt. Oh, lassen wir mal noch mal Fernsehen, ne? So, wichtig ist ein Biddy. Sie hat schon wieder ein Jobangebot, wie es aussieht. Oh, ja, keine Ahnung. Kunst gesucht. Eine neue Galerie bittet um Kunstwerke. Cindy weiß, dass sie die letzte Präsentation doch dort eher traditionell war. Doch sie ist gerade damit fertig geworden, sich für eine Serie mit dem Titel Du bist mein Sonnenschein in Senf eingeschmiert. Was? Sonnenschein in Senf eingeschmiert. Naja, warum auch nicht? Auf einer Leinwand zu wilzen. Sollen Cindy die ausgefallenen Werke einreichen oder auf Nummer sicher gehen? Ah, ich würde mal sagen, ausgefallen? Manchmal? Klar, passt es ja. Die Galerie findet, dass das Werk sehr zum Nachdenken anregt. Um das dazugehörige Restaurant verdoppelt während der Präsentation den Hotdog-Verkauf. Leistungsverbesserung groß, mittelgroß. Na, sehr schön. Das war doch gut. So, sie dürfte dort bei sein. Oh, sie ist auf dem Weg dahin. Unsere Sparkeltarts an Biddy. Genau, sie soll ja nur ein bisschen Charisma erhöhen. War sogar ein Wunsch von ihr. So, ich muss bei ihm mal was go gehen. Er muss da überhaupt zur Arbeit heute. Ich wusste das gar nicht. Nein, er hat Freude heute. Okay. Aber ob wir ihn nochmal zur Arbeit hinkriegen, ist eine andere Frage, ne? So ein Spar ist zumindest hoch. Na, wir können es ja probieren, ne? Ein bisschen Schreiben üben. Oder erst mal Kolumne besser gesagt. Das hat er ja noch gar nicht gemacht. So, dann machen wir mal ein bisschen Laufen hier. Er ist damit sowieso jetzt erst mal beschäftigt. Ich muss Biddy mal ein bisschen im Auge behalten. Boy, sie muss halt nur nicht allzu viel hier machen. Sie soll das ja jetzt nicht um einen Level höher bringen. Das brauchen wir im Moment nicht. Das haben wir alles. Sondern sie soll ja lediglich hier nur die Tagesaufgabe halten. 50 Prozent, okay. Und dann auch eine dromortische Zähne. Ich hoffe, das funktioniert. Ich kann mich wargedrein erinnern, dass wir, wo sie das letzte Mal Schauspielerin war, das nicht so ganz hinhaute. Mit dem dromortischen Zähne, ne? Irgendwie sowas war das. Er ist auf jeden Fall fertig mit seiner Kolumne. Dann musst du schreiben und üben, mein Freund. Ich glaube zwar nicht, dass du noch mal zu arbeiten musst, aber man muss das hier ja nicht vernachlässigen, ne? So, Biddy, und wie sieht es bei dir aus? 75 Prozent, sie hat es fast. Sie ist inspiriert. Eigentlich mal einen verrückten Plan verschlagen wie sie. Okay. Einmal ein bisschen schneller laufen lassen. Genau, so, das dürftest du fertig hier oben, ne? Nein, echt nicht? Okay. Echt nicht? Hätte ich jetzt echt gedacht, dass es fertig ist. Jetzt ist es fertig. So, dramatische Zähne üben. Ja, wir können uns gucken. Führe einem in einem anderen Zimmer eine dramatische Zähne auf oder halte einen dramatischen Monolog. Gut, ey, wir brauchen einmal unseren halbtoten Schnitzel. So, Biddy, einmal hier hoch. Wenn es geht, du bist erst mal fertig. Okay, Riesma war ja, glaube ich, schon auf fünf oder sechs, ne? Wollen wir mal kurz gucken. Sieben sogar schon, das siehst du mal. Fünf war, glaube ich, gefordert, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, was war denn das? Das liegt hier jetzt gerade nicht mehr, ne? Aber ich glaube, sieben war gefordert, weil der Auftritt. Gibt gut Geld. 4.825 habe ich durchschnittlich. Mal sehen, was wir dafür kriegen. Sie kommt ja relativ schnell hoch im Moment. So, den Drop an, Biddy, genau. Geh mal zu deinem Dicken hier. Zu deinem Ausdruck umarmen, nach Tag, Frage, Händchen halten. Warte mal, mehr aus, Wurbel. Szene aufführen. Schauspiel üben, romantische Horror-Szene. Ja, das Problem haben wir wieder, ne? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Mit dramatischen Szene. Das Problem hatten wir schon mal. Moin ich doch. Ich weiß aber auch nicht, wie eine dramatische Szene oder dramatischen Monolog führen soll. So, mein Freund. Seh mal zu, dass du doch fertig wirst, Mensch. Oh ja, das wird noch dauern bei dem Herrn. Hier, komm mal weg da. Deine Frau braucht dich, genau. Dann macht sie eben eine 2-Fiction-Szene. Vielleicht geht's ja so. Verrückten Plorn verschlagen. Da steht immer noch das Gleiche. Szene von Trinkel aufführen, Aktionen. Nein, das ist es definitiv nicht. Das hatten wir schon mal, ne? Fessene Geschichte kennenlernen, dramatische Geschichte erzählen. Vielleicht geht das ja. Ausprobieren kann man's ja mal, ne? Das stand ja auch was für ein dramatischer Monolog. Ich moin schau, den kannst nicht. Definitiv nicht. Genau, hat das gezählt? Oh, es hat nicht gezählt. Nicht begonnen, nee. Renn doch nicht gleich weg, Betty. Schmeicheln, sanft küssen. Szene von Trinkel, das steht jetzt aber auch nicht, ne? Nein, immer noch nicht. Gut. Lustig für euch. Unfug. Vielleicht mal gemoin. Weggehen, scheinen lassen, beleidigen, kälte Schultern zeigen. Nein. Unfug. Über Karriere, flitzen, falscher Party, Handschogger, mehr Jungfrauen, falsche Nachrichten, falsche Selbst... Nein. Romantik mit ziemlicher Sicherheit auch nett. Mö. Und lustig. Über Mode scherzen, Witz über Pinguine erzählen. Unverschämte Geschichte, lustige Geschichte. Ese nixi. Verlore ich mal mehr aus wohl? Umarmen, dratschen. Nein. Dort ist echt so ein Problem. Szene, und da steht ja leider nicht mehr. Ja? Jo, das mit der dramatischen Szene horten wir schon mal. Das funktioniert nicht. Was machst du denn doch, Betty? Doddeln oder was? Jo, sie spielt Blickblock. Wo willst du denn hin, Mann, Freund? Du siehst mit deiner Brille ein bisschen aus wie Jeff Goldblum, weißt du das? Er will spielen, ja. Womit will er denn spielen? Wenn ich mal so fragen darf. Und ihm geht's ja sehr, sehr gut. Ne, die Frage ist nur, wie lange lebt er noch? Da will ich mal gucken, womit will er denn spielen? Was ist denn das da? Er will mit Müll spielen. Kannst du mal wegwerfen, mein Freund, wenn du schon mal hier stehst. So, und bevor du abniebelst, würde ich mal sorgen. Tächtel möchte Baby machen. Holen wir uns nochmal Baby, wo? Ein bisschen Nachwuchs kann man nicht schaden. So, Betty, du willst nochmal abwaschen? Du geht's aber sehr gut. Aber gleich weißt du erstmal, was kommt. Heute haben wir Freude. Jo, sie wartet auch da drauf. Gut, wo ist er denn? Wo ist er denn? Seh zu, Junge. Deine Frau wartet. Sie wird nicht jünger. So, geht ihr euch das Baby machen? Ich hoffe es mal. Wollen wir noch ein bisschen nachsch... Genau, ein paar Nachwuchstolente können nicht schaden, ne? Ich hoffe nur, das bleibt bei ihr, der nicht wieder auf den Hüfen sitzt. Das hatten wir ja auch schon, ne? Jo, das geht los mit Baby machen. Ich hoffe, das gibt ihm jetzt nicht den Rest. Das wäre nicht so schön. Das wäre... Absolut nicht schön. Den macht mal. Eure Tochter müsste ordentlich auch gleich von der Arbeit kommen. Ihre Energie ist schon wieder absolut in dem Keller. Oh ja, gut. Die Beulen sind jetzt voll zu Gange. Oder werden jetzt zum Gange kommen? Vielleicht wird sie auch gar nicht schwanger, aber schön wär's, ne? Didip, didi. Dim, 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 dim. So, Betty, Cindy kommt auch gleich. Jo, sehr schön. So, da ist sie. So, sie hat 232 nach Hause gebracht. So, Betty, dann gehst du kurz aus Ötchen. Machst gleich einen Schwangerschaftstest. Nach dem Schwangerschaftstest darfst du aber auch einmal urinieren. Verwenden. So, was will er jetzt machen? Er will mit so einer Tochter reden. Blau denn? Muss mich erstmal um Cindy kümmern, Mensch. So, erstens... Betty ist nicht schwanger. Oh, okay, gut. Aber er hätte ja kloppen können. Er ist wahrscheinlich zu alt. Er kann nicht mehr. Gemülde anfertigen muss ich wieder machen. Sehr schön. Aber eins an dem anderen. Muss ich denn morgen noch mal los? Morgen hat sie frei. Okay, sehr schön. Dann kann ich mich erstmal um die wichtigen Dinge kümmern. Wie zum Beispiel... Schon wieder? Ja, ju, den geh um aus Klus in die. Verwenden. Sehr schön. Danach gießt du einmal ganz kurz schnell Hardcore-Datteln. So viel Zeit muss sein. Spiel spielen. Blickblock. Genau. Danach gießt du aber definitiv nochmal schnell Reste essen. So, Betty. Boah, dir ist ja auch alles in Ordnung. Du müsstest allerdings auch einmal was essen. Du nimmst auch mal die Reste, damit wir mal den Kuchen hier wegkriegen. Und dummer Freund. Du willst auf die Couch. Du müsstest eigentlich mal aus Örtchen. Örtchen. Das wirst du schnell machen. Auch eine Kleidigkeit essen danach. So viel Zeit muss man sein. Du nimmst auch Reste. Oh, Betty ist die Erste. Sehr schön. Den nimmst du erstmal dran essen. Futter. Aber du weißt voraus, was heißt Betty. Obwohl, du bist keine Betty mehr. Du bist ja hier, siehst du ja schon jeden einzelnen Musterstrang. Gut, doch. Das ist jetzt schlimm, wenn die eine Sache da nicht erledigt ist. Dort kriegen wir alles hin. Soll sie erstmal futtern. Nach dem futtern darf sie ein bisschen auf dem Laufband laufen. Der Imposter hat alles. Sie sollte jetzt auch futtern gehen. Oder erstmal hartkottern gehen. Dann was futtern. So. Und er sollte jetzt auch zum futtern gehen. Denke ich mal, was das tun wird. So. Denke ich schnell doddeln. So. Fertig gedoddelt. Zack. Denke ich was essen. Oh, deine Energie ist schon wieder voll im Keller, du. Ja, komm von mir vorbei, Hina. Komm vorbei. So zahlen wir sie eh hoch. So. Und er geht auch vor den... Er sieht echt aus mittlerweile wie Boba Fett. Also der aus Star Wars, dieser grüne Schleimklumpen da. Aber bei ihm lohnt sich das auch nicht, da noch irgendetwas zu machen. Also daher... Den gehst du lieber noch ein bisschen Schräumen üben. So. Ne, 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 ne. Ich hab gesagt, du sollst essen. Kriegst erstmal Kaffee. Den gehst du essen. Kaffee. So. Und den gehst du essen. Reste nehmen. Das muss sein. So, sie trainiert gleich ihr Essen bitte ab. Perfekt, perfekt. Und den darfst du ein bisschen was für deinen Raum tun, Betty. Du darfst hier mal ein bisschen... Was nehmen wir denn doch mal? Boba Gemälde, wo? Nehmen wir mal Grausis. Sehr schön. Und was macht er? Schräumen üben, ne? Genau. Wir sind alle beschäftigt. Den kommt nur noch Cindy dran. Sie wird hoffentlich mit ihrem Kaffee ein bisschen... Und trainieren soll sie ja gleich auch noch. Aber erstmal den Kaffee. Das muss sein. Da ist ihre Freundin hin. Was ist denn das da? Was ist denn das für eine Pudelmütze auf dem Korb, du? Die ist Babe-Romi. Okay? Den fuhr dir erstmal. Du sollst fuhr denn? Oh, ich esse mal den Kaffee. Naja, ein bisschen. Der Vieh bringt das echt nicht, ne? Minimal. Genau, Betty. Mal du mal. Hast was zu tun? Du drückst jetzt erstmal das Essen rein, Cindy. So viel Zeit muss sein. Danach gehst du auch nochmal einmal ganz kurz aufs Laufband. Oh, hey, du. Dort wird es schwer, weil ihr die Tagesaufgaben zu erfüllen, weil sie jedes Mal so down ist. Zumindest geht so Zoll ein bisschen hoch. Das ist schon mal was. Der Kaffee bringt da Leute auch nicht viel. Oh, diese Paparazzis. Diese Paparazzis. Alter, was rennen die denn immer im Haus durch die Gegend? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, die ist gerade älter geworden. Okay. Oh, man. Das wird nichts mit dem Bild. Diesmal nicht. Aber trainieren muss ich trotzdem. Betty ist forstfertig. Ich muss mich um den Paparazzi kümmern. Hier. Paparazzi bitten zu gehen. Die kommen echt schon ins Haus. Das darf nicht wahr sein. So, Betty. So, ein bisschen zu mit dem Bild. Alter, weird. Das ist schlimm mit dem Paparazzis hier, du. So, das willst du einmal an Sammler verkaufen. Gib auch ein bisschen Raum. Was ist los? Was ist los? Schon fertig trainiert oder was? Jetzt trinkst du noch einen Kaffee. Voller Verzweiflung. Ja, das hat keinen Sinn mit dem Bild bei ihr. Ich muss sie ins Bett schicken. Das hat absolut keinen Sinn. Ja, das kannst du auch mal verkaufen. Und Sammler gibt alles rum. So, schlimm mit dem Paparazzis, du. Was macht die hier? In meinem Turmklumpen spielen? Dort ist mein Turmklumpen. Bitten, ein Foto von ihnen zu machen? Das ist ja auch Promi. Stimmt ja. Promi will ein Foto von Promi. Naja, warum nicht? Das nennt man Promi, liebe. Ja, was für ein hässlicher Bordern zusammen. Oh, berig. Wei Promi. Wei Promi. Beide Promi. Oha. Noch mehr posieren kann man wohl nicht, wo? Autogramm geben. Fröhlich vorstellen. Ja, erst mal vorstellen hier. Was macht er eigentlich? Ihm geht es ja auch absolut miserabel, ne? Er ist immer noch am Üben. Nee, was, was? Nee. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte ihn doch nur ins Bett schicken, Mensch. So, eben gute Freunde geworden. Na, siehst du mal. Passt doch. Nun geh doch mal ins Bettchen, Mensch. Okay, schlaf hin. So, haben wir nur noch Betty? Betty ist voll und ganz mit den Hühner am Quasseln. Wagga-Fruitsch. Drummondische Geschichte erzählen. Unglaubliche Geschichte. Geht das vielleicht? Zinfektion, Action, Horror, romantische Schauspielüben. Nein. Aber vielleicht konnten sie mit ihr ein bisschen üben. Ja, du hast. Das konnten ja auch nicht schorten. Oh, Betty haut da ja noch ein bisschen. Das ist doof mit Cindy, aber sie muss ins Bett. Das geht nicht anders. Ich kriege sie sonst echt wieder nicht aus dem Bett. Er liegt auch im Bett. Das ist echt doof. Ich hätte bei ihr gerne noch die Tagesaufgabe gemacht, aber... Mit dem Gemälde. Aber gut, das geht leider nicht. Jetzt hätte ich sie echt bestimmt noch mal befördert gekriegt. Bekochke uns verrückten Planvorschlagungen. Trotschen, Muskeln, Geschick, nicht kohreit. Es fehlt hier auch schon wieder in der Szene. Das ist echt immer unterschiedlich, ne? Das ist, ähm... Schon komisch. Bitten, sich dem Haushalt anzuschließen. Nee, wir wollen auch keine zwei Pronys hier haben. Bitten, zu gehen. Bewohnererausdruckung. Autogramm geben. Ja, warum nicht? Und danach schicken wir sie nach Hause. Woll, so langsam muss Betty auch in die Heuhe. Ja, genau. Ein Promi ist begeistert von einem Promi. Warum nicht? Warum nicht? So, jetzt wollen wir ihn nach Hause schicken. So. Betty, du gehst jetzt auch in die Heuhe. Lieg dich neben deinem halbtoten Mann. Betty. Noch ist er ja da, ne? Noch ist er da. Summer kommt relativ wenig letzter Zeit, ne? Aber... Das soll mir recht sein, ehrlich gesagt. Jo, Betty. Du gehst jetzt auch in die Heuhe. Ja. So. Oh, wieso aussehen? Ich komm keine Sommer. Das ist sehr schön. Der Geist von Solma schwimmt. Geht wieder nicht weg. Es wird hoch. Halt. Stopp. Moment. Jo, bin her. Wieso geht das? Gerade so gehen. So, du musst hoch, Cindy. Du musst hoch. Auf die Tür. Aufs Örtchen. Oh, geht aber alles noch. Geht aber alles noch. Nach dem Örtchenbesuch nimmst du schnell ne Dusche. Weil du musst echt zur Arbeit. Ah gut. So einen großen Hunger hast du nicht. Dann kannst du jetzt mal ne schnelle Maulzeit fordern. Wie wir jetzt mit schnell ne Milch reindrücken. Vielleicht kriegen wir da noch ein Bild. Na, Sport macht sie hinterher. Dann nehmen wir mal ein surrealistisches Gemälde. So. Dann haben wir das Thema nämlich auch ledig. Sie müsste gleich hochkommen. Gucken von den anderen beiden. Die anderen beiden haben ja sowieso frei heute. Da ist das also nicht so dringend. Unwohl. Aus beide hoch. Du, er muss dringend aus Klo. Das kann er gerne machen. Betty ist schon wieder am putzen. Betty kann nicht ohne putzen. So. Dann gehst du schnell duschen nach dem Klogang. Und danach gehst du ne normale Mahlzeit fordern, mein Freund. Du nimmst die Reste. Und du Betty, was machst du? Du müsstest eigentlich auch mal auf den Pott und kein Fernseher gucken. Du kannst hier auf den Pott gehen. Da. Verwenden. Und duschen kannst du auch. Sehr schön. Danach nimmst du auch erstmal Reste. Oh, wie geht's denn Cindy? Unwohl. Wegen Dreck. Neue Haushaltshilfe müsste gleich kommen. So. Mir geht's ja nur darum, dass ich Dorst vielleicht noch hinkriege. Weil sie muss ja um. Wir sind heute frei. Sehr schön. Ah, Gott sei Dank. Kriegen sie fleuchig mal rechtzeitig ins Bett. Den postet ja. So, sie müsste jetzt duschen gehen. Essen gibt's gleich. Was mit ihm hier? Er kommt hoch zum Essen. Sehr schön. Aber er hat auch frei. Und dann haben sie heute alle frei, wa? Oh, er hat auch frei. Oh, Essen gibt's ja, mein Freund. Essen gibt's ja. Mal sehen, wann der Sensemann kommt. Das müsste auch nicht bald wieder soweit sein. Der kommt ja heute die Haushaltshilfe gar nicht, wenn wir Wochenende haben. Das ist nicht gut. Er durfte erst mal futtern. Wieso ist er wegen dem Dreck oder was? Naja, gut. Wir machen das gleich. Wir machen das gleich. Zu 25 Prozent. Du musst leuter das Gemälde. Jo. Das steigt echt schnell an die Malerei-Fähigkeit. So, Betty. Was machst du denn? Wer hat denn gesagt, dass du spielen sollst? Ich hab gesagt, du sollst essen. So, Reste nehmen. Das ist schlimm mit dir, Betty. Das hat kein Mensch gesagt. Und Cindy soll ja nur hier ihr Gemälde fertig machen. Oh, schickes Gemälde, du. Bäumchen mit Herzen. Aber sie wird richtig gut in der Malerei. Neue Marotte. Feinschmecker. Ejo. Jetzt entwickelt er hier auch schon Marotten oder was? So, mein Freund. Du hast zwar alles erledigt, aber du wirst noch einmal eine Kolumne schreiben. Und nach der Kolumne wirst du noch einmal ein bisschen schreiben, üben. Vielleicht kriegen wir dich noch lange an dem gehalten. Man weiß das nicht. Man weiß das nicht. Sie ist sehr schön. Wird danach aber gleich Sport treiben. So, Cindy. Du wirst noch bei deinem Gemälde, Boy. 50 Prozent erledigt. Ich glaube, du wirst gleich noch eins malen müssen. Dafür kein Weg dran, für Boy. Seh ich sicher. Das räuchte ich nicht, ne? Nein. Nein. UCD. Den wirst du das Ganze an einen Sommler verkaufen. Und gleich noch ein Bild malen. So. Was nehmen wir denn da jetzt mal? Den machen wir jetzt mal nach Vorlage malen. Großes Gebilde nach Vorlage. Mal googeln, mal googeln. Ja, so Zioll kriegen wir gleich hin. Oh, doch. Man kann aber auch echt nicht nehmen. Man kann hier nur in der Nähe der Leimwand, ne? Ach weh, das sieht doch eigentlich ganz schick aus mit den Klavieren da. Nehmen wir das. Willst du das malen? So, Betty, du solltest Sport treiben, ne? Jo. Er sollte da am PC beschäftigt sein. Auch alles, du die Würde. Na, der hat sogar fast Schreiben aus sieben. Das kloppt doch. Jetzt ist auch Schreiben hinüben, ne? Jo. Tja, bei ihr müssen wir noch so Zioll mal ein bisschen hochkriegen. Das kriegen wir aber gleich hin. So, na, Betty fertig ist mit ihrem Sport. Ihr geht's ja sehr, sehr gut. Dramatische Zähne geht ja nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Das sollte trotzdem klappen. Gehst du hier aufräumen, Betty. Das machst du doch sowieso so gerne. So, sie macht ihr Bild noch fertig. Definitiv. Dann kümmern wir uns um Zioll. Was muss, das muss. Ich würde so gehen, lass ich sie einfach mal an euch hin mit ein paar Leuten plaudern. Ich glaube, da werde ich mal ein paar mehr brauchen als drei. Um das wieder hochzukriegen. Also, ihre Freundin Hina. Und den natürlich nehmen wir noch mal ein vierten Mal sehen. Da kann man immer noch welche dazu nehmen. Sehr schön, sehr schön. Genau, das hat sie fertig. Sie muss am nächsten Tag eh wieder um neun zur Arbeit. Ein bisschen Glück klappt dazu gar mit der Beförderung. Er ist kurz vorm Levelausstieg. Boy, schräuben. Sehr schön. Auf acht braucht er das, ne? Auf acht. Freund Schmecker-Kopffähigkeit. Was das Problem ist, ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr hoch genug. Er müsste zwar am nächsten Tag wieder zur Arbeit, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Level auch der Schreibfähigkeit. Sehr schön. Aber probieren geht ja über Studierenhäuser so schön, ne? Den willst du noch mal ein paar Gourmet-Gerüchte... Gerüchte, Alter. Gerichte. Wie wär's zum Beispiel mit... Pasta Primava. Ja, Partygröße. Kann man den Kisch reinstellen. So, du bist fertig, mein Freund. So, sie hat auch ihre Aufgabe fertig, ne? Ja, und Gemälde ist auch fertig. So, Gott, sehr, sehr schick, das Gemälde, ne? Betty ist auch mal aufgeräumt, aber genau, das möchte sie ja. Und sie muss gleich auch noch ein bisschen trainieren. Definitiv. Wunderbar, wunderbar. Gut, sie darf erst mal telefonieren. Danach... Das möchte ich eigentlich gar nicht verkaufen, ehrlich gesagt. Das möchte ich... Kopieren auch nicht. Wir wollen doch keine Fälschung hier. Wollen wir irgendwo ins Haus hängen, wo? Aber... Oh, da ist ja automatisch der Rahmen rum. Okay. Und nun, Kopieren, wir wundern. Hm. Kann man das nicht selber an die Wand hängen? Doch, geht, ne? So, ich lasse hier aber erst mal fertig telefonieren. So, du schon fertig gekocht? Echt? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Halt, renne gleich weg, mein Freund. Hier, du hast, wirst du noch ins... In den Kühlschrank pauk gehen. So viel Zeit muss sein. Und du bist doch bestimmt noch nicht fertig. Nee, nee, das dachte ich mir. Du wirst noch mehr kochen. Hier, du wirst, ähm, nochmal ein Gourmet-Menü. Diesmal machen wir... Butternut-Knotschi. Da nehmen wir aber auch wieder die Party-Grüße. Du bist nicht mehr lange, damit die Damen was zu essen haben. Weil ich glaub, da fehlt noch so ein bisschen was bei der... Jo, ist erst auf fünf. Was machst du denn, Betty? Wo rennst du denn hin? Betty? Du bist so, aber hingeheran, Sama. Was machst du, Betty? Jockt sie, oder was träumt sie denn? Wenn man einmal nicht aufpasst, du. Jetzt fährt sie wieder nach Hause. Ich glaub's ja nicht. Oh ja, gut. Sie wollte wahrscheinlich nicht jucken. So ist sie. Eher so ein Korin. So, wir sind bei ihr so zu... Oh, guck mal, hat doch geklapst. Es ist voll, ist sehr hoch, sehr schön. So, Momente, Momente. Ähm. Guck mal, das passt doch hier. Ah, hier vielleicht nicht so perfekt. Aber woanders haben wir keinen Platz, ne? Dort hängen wir mal hier hin. Hier. So. Was willst du, Cindy? Ein verdammtes Essen aussortieren. Okay, von mir aus. Ausnahmsweise. Das kannst du mal machen. Aber nachdem du das erledigt hast, ja, kannst du erst mal abwischen. Abwischen, allein schon abwaschen. Gießt du aus Klöchen. Und vor allen Dingen, Reste nehmen. So, und du, mein Freund, du bist immer noch nicht fertig, ne? Du gießt das hier erst mal weglegen. Und weiterkücheln. Da, noch das nächste Gourmet-Menü. Was nehmen wir denn diesmal? Schinken-Spargelröllchen. Lecker, lecker. Im Oti-Party-Grüße. So. Benni ist wieder zu Hause angekommen. Sehr schön, warum sie auch immer dadurch gegengelernt ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ihr geht es ja auch sehr gut. Ihre Fähigkeiten sind ordentlich auch perfekt. Fitness vor allen Dingen. Gitarre, Klavier. Oh, ordentlich hätte ich sie gerne Klavier ein bisschen hören. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob wir das jetzt überhaupt noch brauchen. Oh, ich meine, man kann das ja mal probieren, ne? Sie können anscheinend keine Jingles mehr schreiben. Echt nicht. Aber ja, man kann es ja auch so zu Inspirationen klimmern, sitzen, üben. Machen wir aber üben. So, sie dürfte am Essen sein. Jo. Und er dürfte am Essen kochen sein. Okay, er hat so fast. Vielleicht noch ein Gerücht. Gerücht, Aleitsch. Was ist denn los mit mir heute? Gerücht, meine ich. Und dann haben wir es auch. Sehr schön. Er hat es geschafft. Er könnte rundherinisch befördert werden. Vorausgesetzt, er lebt lange genug. Er hat mich alles erledigt. Sehr schön. Oh, da klimpern sie los. Gut. Den gießt du einmal aus Örtchen, mein Freund. Und danach darfst du ein bisschen Spaß haben und spiel ihn. Moisims go. So, du fertig? Alles klar. Den rauf auf dir mit Laufband. Mit geschwellter Brust. Sonst wirst du mir zu dick. Sie trallert doch vor sich hin. Ihr Auftritt ist morgen. Alter. Gut, den beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen, ne? So, wait a more. Die sind ja alle beschäftigt. Aber allerdings, was soll sie nach dem Sport machen, ne? Boah, ihr ist eigentlich auch alles perfekt. Aber sie kann ruhig auch ein bisschen weitermalen. Schaden kann das definitiv nicht. Selbstsicheres. Was hat sie denn hier? Drei emotionale Gemälde fertigstellen. Warte mal, das ist halt... Wie kriege ich denn... Abbrechen? Ich werde sie mal romantisch holen lassen. Vielleicht kriege ich sie kokett. Äh, Romanze ansehen? Vielleicht kann sie dann ein romantisches Bild malen oder sowas. Das wäre mal eine Idee, ne? Man kann es zumindest mal testen. So, Moment. Level 6 der Videospielfähigkeit. Okay. Ein Wunder, das er noch lebt. So, sobald sie da ihren Punkt hat, da hört, lasse ich sie offen zu klimpern. Das geht an, ja, uh. So, mein Freund. Ja gut, was soll er sonst großartig machen? Er kann vielleicht noch ein bisschen schäden, ja. Warte mal. Ey, das war... Kontakt die Knüpfel, ne? Shit. So, sie hört gleich ihren Punkt ab. Sehr schön. Den räuchte das aber auch. Den räuchte das aber auch. Denn würde ich sorgen, Betty, auch wenn es jetzt nicht unbedingt nötig tut, gehen wir noch mal ein bisschen trainieren. Das macht zumindest nicht zum Krach. Und vielleicht kriegen wir ja sogar noch die Stufe 10 hin. Man weiß es ja nicht. So, sie ist kokett. Genau das wollte ich erreichen. Kokettes Gemälde. Sehr schön. Damit ich hier endlich mal da... Hier, da fehlt mich noch eins. Emotionale Gemälde. Da wollte er kommen. Perfekt. Sehr schön. Dann fangen wir an. Und ich glaube, sie muss es auch fertigstellen, ne? Jo, muss ich. Geht auch auf ihre Malerei. Fähig, komm. Wie hoch ist die eigentlich? Ach, sieben schon. Da sollte sie sehr hoch kommen in den Beruf. Betty sollte eigentlich keine Probleme mehr mit Dickwerken haben. Also, halt nicht ein bisschen zu muskulös. Aber mehr als 10 geht ja sowieso nicht. Also, daher. So, mein Freund. Dir, ja. Wie gesagt, du sollst doch eigentlich noch ein bisschen shiten, ne? Du hast genug gedaddelt. So, ich weiß nicht, wie lange sie dafür braucht. Aber, mal gucken. Mal ein bisschen beschleunigen das Ganze. Das nennt man kokett. Okay. Na gut. Romantisches Kerzendinner. Mit Rosen. Essen. Post eigentlich, ne? Was ist für lange Betty da jetzt rumtrainiert? Ich glaube, halbe Ewigkeit. Aber lass ich sie mal. Lass ich sie mal, ne? Wir müssen sowieso einen Freund finden für unsere gute Cindy. Da sollten wir vielleicht mal... Holt. Holt, halt, halt. War das nicht gezählt, oder was? Doch. Ah. Moment. Was legst du dich denn auf den Sofa hin? Warte mal. Gut, stopp. Hat gezählt. Sue hat ja auch schon 3.800 Punkte inzwischen. Drei Gemälde in ein Museum betrachten. Alles klar. Das passt doch. Wir sind zwar für heute am Ende, aber da würde ich sorgen. Gehen wir mal nächstes Mal mal ein Museum besuchen, damit sie da Gemälde betrachten kann. Dann sollen sie zehn ausgezeichnete Gemälde fertigstellen. Das wird schwierig. Klick auf den Staffel, wähle da einen Malstil und eine Größe. Bewege den Kurs um die Gemälde, um die Qualität zu prüfen. Oh, das wird schwierig. Aber das kriegen wir hin. Sue hat sich. Ja gut, sie machen nur Niggerchen, ne? Das kann ich jetzt nicht so schauen. Qualität normal ist das. Okay. Jo, die sind hier wohl alle voll und ganz beschäftigt. Sie machen Niggerchen. Ja, eigentlich passt das. Die müssen ja sowieso alle zur Arbeit morgen, oder? Sie hat alles für die Arbeit erledigt, muss morgen aber los. Um 9 Uhr, ja. Ja, wenn er da noch leben sollte, werden wir ja sehen. Denn muss auch los, um 10 Uhr sollte eine Beförderung geben. Und Betty hat, glaube ich, auch ihren Auftritt morgen um 9 Uhr. Romantische Szene geht ja mal wieder nicht. Das Problem hatten wir ja schon ein paar Mal. Aber das sollte trotzdem klappen. Den Rest haben wir. Gebt gut Geld. Also, morgen müssen alle los. Da kommt wieder Schotter in die Kasse, wie es sein soll. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen geht's dann weiter. Bye, bye. Tschüss. 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 Tschüss.